Hi, na? Die kennen wir ja schon, wenn wir ein halbes Herz haben, erhöht sie unser Schaden. Bei Yves wurde sie ein bisschen abgewandelt, also ein bisschen gebufft, wenn man so möchte. Bei ihr ist es jetzt nämlich so, wenn sie ein Herz hat, reicht es schon, um den Horror-Babylon-Effekt auszulösen. Das würde ich jetzt ganz gerne demonstrieren, aber ich habe jetzt gerade irgendwie nicht so viel Böcke, in den Schacki-Raum zu gehen. Dafür hat Yves halt eben so ein paar Nachteile. Sie macht sehr wenig Schaden von Anfang an, so fast wie Samson. Ähm, und ich muss zugeben, dass es bei Yves auch ein bisschen schwieriger ist, auf den Schadenseite von Samson zu kommen, weil Samson muss sie einfach nur sechs Mal treffen lassen. Dann hat er bloß sechs Koffen mit Damage oder sowas, war das nicht gelesen. Und bei Yves sind es halt eben, glaube ich, nur bloß drei mit Horror-Babylon, bin ich gerade nicht ganz sicher. Also, da lege ich es nicht mehr an für das Feuer. Das hat jetzt so Stimmte. Aber dafür kann man Yves' Effekt halt eben auch über Ebenen hinweg aufrechterhalten und einfach gar kein Herz nach, zum Beispiel. Also, das macht natürlich für so einen aggressiven Devil-Deal-Käufer wie mich schon sehr interessant. Okay. Wobei die Vogel zur Verstärkung her ist kein Problem. Dann macht der Vogel jetzt nochmal alleine was. Dann mach ich mal einen entsorgt, genau. Genau, Vogel, ich bin auf die nächsten beiden da. Mach mal alles für mich, ja? Dankeschön. Aber diese, diese Begleiter sind nie die Gegendisten, die selbst Ziele suchen sind. Muss man leider so sagen. Aber, der Vogel tut, was er kann. Und dafür danke ich ihm. Ist halt wirklich eine Qual, wenn man nicht so viel Schaden von Anfang an macht. Aber okay. Kann man nicht viel machen. Meine Stimme ist auch noch kaputt übrigens, weil ich nehme mal gleich einen Tag auf. Meine Stimme hat sich inzwischen die Parts nicht erholt, nein. Man mag es kaum glauben. Ich kann es selber kaum glauben. Oh mein Gott, ich muss das direkt. Um wenigstens einen loszuwerden. Wenigstens einer. Weil wenn man keinen Schaden hat, sind die wirklich nicht so schön. Okay, wenn man keinen Schaden hat, ist kein Boss schön. Und ich sitze hier gerade ziemlich in der Ecke. Okay. Glück gehabt, dass er jetzt nicht auf mich raufgecharged ist. Bin ich gerade irgendwie aus der Seine reingerutscht? Ah, was das blöde. Blöde. Und ich gehe noch ein Tierstab. Tierstab. Okay. Ich gehe mal eben kurz. Ich hätte das jetzt nicht aufheben sollen, ne? Ähm, ich würde sagen, ich gehe mal in den Stachelraum. Gucken, was er so gibt. Pillen. Ja, perfekt. Health down. Ja, das ist großartig. Gut. Ähm, ne? Scheiße. Oh, wird das Stück vorbei sein? Wird das Stück bald vorbei sein? Ich sehe es krumm. Ich sehe es gerade krumm. Na, schauen wir mal. Sieht nicht ganz so gut aus gerade. Ich muss zugeben. Ich muss zugeben. Ähm. Warum sehe ich aus wie die Horroth-Burbel und habe aber nicht den Tränenschaden? Das ist sehr interessant. Ich warte kurz, bis Iron Wizard weg ist. Sonst ist es verrecklich im nächsten Raum auf jeden Fall. Aber vielleicht muss sich der Effekt auch erst nicht aktivieren, wenn ich den nächsten Raum betrete. Das kann natürlich auch sein. Dankeschön. Ja, muss erst nicht aktivieren. So, also wie gesagt. Eintreff war ich mit dem Backupfenster. Aber mit dem Schaden hier kann man wenigstens arbeiten. Das ist halt so die Sache, ne? Mit dem Schaden, den Yves so aushält, kann man arbeiten. Und der Schlüssel kommt genau richtig. So, also ich denke mal, dass ich klar, dass ich jetzt ganz gerne Health-Ups hätte. Oder zumindest irgendwas, was mir vielleicht Seelenherzen gibt. Das kann ich sogar auch noch Probleme mitnehmen. Weil wie gesagt, der wird ja aufrechterhalten, wenn ich auch ein Herz habe bei Yves. Cupid's Arrow. Hm, okay. Dann kann ich geht an den nicht mehr zurückstoßen. Muss nicht immer gut sein. Muss nicht immer gut sein. Aber es ist besser als so manch anderes Item. Von daher sage ich da nichts gegen. So, die Frage ist, was hätte ich jetzt ganz gerne im Teufelsraum, wenn ich einen kriege? Hm. Packed oder Mark hätte ich sehr gerne. Und ansonsten... Ja, sonst ist halt irgendwas, was mir hilft, Schaden zu machen, ne? Quimstone, Mumsknife. So was alles. Oder irgendwelche Items, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Aber, ähm, ja. Die habe ich noch nicht freigeschaltet. Hihi. Da gibt es nämlich auch ganz schöne Sachen bei. Ja, den kriege ich ein bisschen spät gerade. Das war ein sehr nettes Spiel, aber, äh, leider zu spät. Ich kann in den Shop reingucken. Uh, uh, uh. Einfach so, dass wir von rein schauen. Oh, ich bräuchte zwei Münzen. Äh, ich brauche zwei Münzen. Komm, gib mir einfach mal. Hilf mir auf der nächsten Ebene. Wenn ich das so früh kriege, dann nehme ich es auch gerne mit. Ich brauche schon fünf Minuten drin und auch Basel, ne? Das ist interessant. Damit kann ich keine Flüche kriegen. Was ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Ganz einfach, weil ich aktuell wirklich so ein bisschen verflucht bin. Ich kriege immer Flüche, ne? Vor allem die Flüche, wo ich die Karte nicht sehe. Irgendwann kriegt man das Kotzen dabei, wenn man die einfach nur kriegt. Ah, jetzt wäre der Raum echt da unten gewesen. Ah, scheiße. Na gut. Kein Ding, kein Ding. Machen wir das so. So, wir machen ein bisschen Omnomnom hier. Und weg. So, ihr will ab. Gibt mir ein paar Bomben. Immer eine Treubombebeine, immer. Spiel, please. Und das ist sogar das Item, was ich haben wollte. The Mark. Bisschen Damage ab und wir kriegen noch einen Seelenharz extra. Das ist ja quasi unser verlorenen Lebenspunkt ausgeglichen wieder. Und der Vorteil ist eben, wie gesagt, dass wir jetzt halt eben auch, ähm, ja. Den, äh, Effekt hier permanent haben. Also permanent mehr Schaden ist, äh, ja. Finde ich gut. Weil ich die auch schnell genug fertig mache, gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, ach, ich hab ja... Ja, ich hab zwar, ich hab zwar Piercing-Shots, aber keine Spectral-Tiers. Das heißt, ich komm nicht durch die Pilze durch, leider. Na, ist auch nicht schlimm. Man kann sie ja rauslocken und, äh, ja. Die kleinen Fische hier sind ja harmlos. Mehr als harmlos sind die. Was haben wir denn hier drin? Äh, Gemini, Contra and Friend. Das ist, das ist schön. Das Ding macht dauernd auch ein bisschen Schaden, wenn wir nah rangehen müssen. Was jetzt gerade nicht der Fall ist, klar, aber, ähm, das kann ja immer passieren, ne? Äh, ach, guck mal, ja. Da geht ja schon drauf los. Und das war's schon damit. Sehr schön. So. Über was kann ich denn reden, so? Keine Ahnung. Äh, Karte nehm ich. Klar. Siebersch, hat sich schon gelohnt, äh, das Ding zu kaufen vorhin, ne? Das Steam-Cell. Weil ich einfach von die Karte kaufen konnte. Okay, hat er gerade noch in der letzten Sekunden, äh, Wombo geschossen? Dass ich noch getroffen wurde, oder was ist das? Nee, das war nur ein halbes Herzschaden. Dann bin ich gegen ihn gelaufen, anscheinend. Na, Mensch, groß genug. Mensch, groß genug, sehr schön. So, weg mit dir. Na, hätte ich gerne, aber komm ich nicht ran. Ich komm mal schon, der Boss. Ne, ich will die Ebene erst fertig machen. Ähm. Ähm, was kann ich reden? Ich weiß ja nicht. Ich bin aktuell krank. Meine Stimme, merkt man vielleicht, klingt nicht ganz so toll wie immer. Wenn sie überhaupt toll klingt, das weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Nee, zumindest nicht. Ähm. Und ja, ich denke mal eben, dass ich jetzt gerade mal aufnehmen kann. Vor allem, weil mein Musen langsam auch nachlässt. Also, das war überhaupt nicht schön, die ersten Tage. Konnte ich fast gar nicht reden, weil ich nur Musen war. Aber jetzt geht's langsam. Es geht langsam. Und das ist auch sehr schön, wenn ich wieder halbwegs reden kann. Kann ich bitte mal aufhören, diese riskanten Plätze zu machen? Danke. Jo, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier noch weiter zu gehen, außer dass ich Herzen verliere. Ähm. Ne, zum Zeitpunkt, wo das Video hochkommt, werde ich wahrscheinlich auch, wird meine Stimme wahrscheinlich auch wieder gut sein. Also, mach sich da mal keine Gedanken drum. Nope. Lass ich mal lieber. Und ja. Ich muss halt eben aktuell auch mal gucken, wie ich das mit den LPs mache. So, ganz im Allgemeinen. Weil ich möchte ja wieder so ein paar Sachen ändern. Ich... Meine... Meine Upload-Sache trotz mich wieder so ein bisschen... Ich weiß, ich weiß. Ich rede immer darüber. Jetzt muss ich doch husten. Na, irgendwann muss das ja passieren. Ähm. Ja, es schört mich selbst so ein bisschen, dass ich so bin. Und warum kriege ich keine Deals? Ach, spiel bitte. Ich hätte mir hier keinen kaufen können, was so ist. Ähm. Ich muss ein paar Sachen ändern. Ich habe auch andere Sachen noch vor, die ich machen möchte. Vor allem... Also, vor allem das, dass ich noch andere Sachen habe. Ich muss gucken, wie ich das umsetze. Ich werde wahrscheinlich schon angefangen haben, das umzusetzen, was ich mir im Kopf habe, wenn ihr das Video hier seht. Das heißt, dass Isaac nur noch alle zwei Tage kommt. Meine Hoffnung ist ja im Wechsel mit einem anderen Spiel. Was auch so ein bisschen Endlossache ist. Was wahrscheinlich auch stinklangweilig sein wird zum Zugucken. Ähm. Aber das ist mir vollkommen egal. Da ich schließe ich spiele, was ich möchte. Darauf kommt es ja an, ne? Muss mir Spaß machen. Aber dazu dann halt eben mehr... Ich dachte, ich laufe nicht mehr drauf. Aber dazu dann auch mehr, wenn ich das halt eben wirklich mache. Das weiß ich auch noch nicht. Okay, ich kann sie toolen. Das ist schön. Äh. Warum überall diese Räume, wo ich drüber stacheln gehen muss, um was zu kriegen? Was soll denn das? Das ist gemein. Spiel. Macht man nicht. Äh, ja. Und ansonsten muss ich mal schauen, ne? Das ist einfach bei mir ganz viel schauen. Beziehungsweise ganz viel planen und nicht umsetzen. Das kann ich ja besonders gut. Das kann ich ja besonders gut. Also von daher... Das sollte man bei mir nicht anders gewohnt sein. Dass ich mir ganz viel vorhabe. Und es dann out und nicht mache. Wer es nicht gewohnt ist, der hat irgendwas verpasst bei mir. Der ist falsch. Ich werde es aufnehmen. Das heißt allerdings, dass wir den Run verlieren werden. Das ist Ludovico-Technik. Damit können wir unsere Träne mit den Pfeiltasten kontrollieren. Also das ist halt eben eine riesengroße Träne, die wir selbst kontrollieren können. Ja. Das Problem ist dafür nur, dass man dafür so ein bisschen multitaskingfähig sein muss und nicht sterben. Gut, das war's mit dem Run. Ich glaube aber, der war nicht so lang, oder? Ich weiß nicht, wie lang der jetzt war. Das war ein sehr kurzer Run. Hm. Wisst ihr was? Wir schmeißen eine Challenge hinterher. Ich glaube, das war zu kurz. Ich glaube, das war zu kurz. Und zwar möchte ich jetzt gerne irgendeine Challenge machen hier. Die wird so freigeschaltet. Da haben wir auch schon eine Menge freigeschaltet. Und ich würde ganz gerne eine Challenge machen, die ich auch schaffen kann. Ohne Probleme. Ich möchte ganz gerne Challenge 16 machen, weil die ist ganz interessant. Computer-Savvy. Das hat eben zur Folge, dass wir über Technology 1 und 2 verfügen. Und über den Spoon-Bender. Das ist eine sehr einfache Challenge. So. Man sieht schon, die Laser machen so lustige Sachen. Und das ist dementsprechend keine große Sache hier durchzuspielen. Ich weiß nicht, wie weit die Challenge geht. Aber wir machen es einfach mal jetzt. Es mag ein bisschen komisch liegen, nach dem verlorenen Run jetzt noch eine Challenge anzufangen. Aber ich meine, der war nicht so lang. Ich meine, das waren vielleicht 10 Minuten. 15 Minuten. Ich habe keine Uhr eroffen. Und ich will für die kurze Zeit keinen Fahrt machen. Darum mache ich das jetzt einfach nochmal hier hinterher. Da es jetzt schon Technology ist mit Spoon-Bender sehr spaßig. Ich denke mal, das ist nicht zu übersehen. Wir müssen im Grunde auch gar nicht groß die Ebene erkunden, weil... Das ist überhaupt was. Ein bisschen. Weil es auch keine Item-Räume gibt in den Challenges. Vor allem in den späteren, bei den ersten 2, 3 weiß ich es gerade nicht. Aber hier gibt es auf jeden Fall keine. Äh, ne, ich nehme Go-To-Fit. Und Speed-Up ist besser. So. Ne, also... Oh, Moment, die Challenge anzufangen. Ich meine, wir schalten hier heute irgendwas frei. Ich weiß gar nicht mehr was genau. Ich glaube, Robo-Baby 2.0 schalten wir hier mit frei. Ich habe privat selbst noch nicht wirklich viele Challenges gemacht. Äh, von daher bin ich da jetzt noch nicht so ganz so bewandert mit den ganzen Challenges. Also einfach mal abwarten, was so kommt. Ich wusste, dass er schießt eigentlich. Warum... Bin ich dann... Bin ich ausgewichen? Ach, jetzt charge ich da auch mal. Ja, das kommt aber früh. Okay. Ja, Tierschottspeed-Up mal wieder, okay. Schießt doch noch schneller. Yay. Wir schießen so schnell. Das ist so schön. Ah, vielleicht ging die. Ging die bis Mams Heart? Ich weiß es gerade echt nicht. Also im Grunde müssen wir eh nicht viel von der Challenge machen. Cool, ich treffe überhaupt nichts. Äh, ich meine, wir müssen ja nicht irgendwie... Wir müssen keine Itemräume suchen. Wir müssen nicht, ähm... Wir müssen nicht zum Boss-Warsch. Können wir, wenn wir wollen. Aber wozu man sollte das machen? Aber ansonsten ist es ja einfach ein normaler One, ne? Außer halt eben keine Itemräume. Dafür kriegen wir ja die Items vorgegeben. Naja, Champion-Gegner muss ich jetzt nicht haben gerade. Lied gemeint, Spiel, aber... Lass mal. Lass mal. Ah, Laser, lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken, Laser. Ah, diese engen Räume sind ein bisschen gemein. Weil der Laser hier manchmal so denkt... Yo, ich mach was anderes, als du willst. Ja, man sieht's ja, ne? Der Laser macht einfach nicht das, was ich will. Fucking Laser, greif doch einfach diese Gegner an. Danke. Äh, was bin ich froh, wenn die Räume ein bisschen offener werden. Und nicht so verwinkelt sind mit Steinen. Was bin ich da froh drum? Ja, man sieht schon so... Gegnerhorden, die nicht so viel aushalten, die sind... Keine große Sache. Man muss nicht richtig zielen können. Der Laser macht das einfach für einen... Das ist schön angenehm. Richtig angenehm. Okay. Speed und Shot speed up. Das bringt dir da überhaupt nichts. Entschuldigung, Entschuldigung. Und zwar ist Aussage, müssen wir nur bis Mom machen. Also wird's wirklich ein sehr kurzer One. Ist mir recht, ist mir recht. Ist ja auch nur so für... Für zwischendurch eine kleine Challenge. Das heißt natürlich, dass wir beim nächsten Mal dann wieder Eve spielen müssen, ne? Weil ich muss mit Eve auch jetzt langsam mal die Sachen erreichen. Äh, möchte ich nicht haben? Nein, danke. Ich bin ganz so viel an meinem Goat-Hof. Aber ich möchte... Ich möchte Eve wenigstens wirklich bis Mom... Bis Mom's Heart kommen. Das war halt wirklich sehr unglücklich von mir. Aber... Da sieht man auch halt eben, ich kann nicht jeden One gewinnen, ne? Das ist... Das ist einfach so. Privat gewinne ich ja noch weniger One. Da gewinne ich fast überhaupt nichts. Mich hat man manchmal einfach so frustriert immer, wenn ich immer verliere. Von daher, es musste einfach langsam kommen. Es musste wirklich kommen. Ich bin ja auch sehr froh drum. Oh, mein Herz hockt mir gerade aus, ey. Ich merke schon, ganz so viel reden ist dann doch noch nicht so gut. Äh... Auf Dauer. Äh... Da mache ich den... Da höre ich ihn ja rauf erst mal auf. So einfach ist das. Ich kann euch da gar nicht als groß die Mühe machen und einen Shop suchen. Ah, jetzt gibt er noch mal einen Deal. Sehr schön. Okay. Der Herzchen. So, was kriege ich denn schönes? Na, Dino-Rot-Truhen. Ah, zwei Pretty Flies. Ne, Gott. Eine. Eine Full-Health-Pillar. Okay. Auch nicht besonders. Ne, ich soll den Shop nicht kommen. Wäre wahrscheinlich einfach durch. Ich sehe zumindest gerade nicht so wirklich den Sinn darin, äh... Alles ausführlich zu erkunden, weil... Ich habe eh nichts davon. Sagen wir mal, wie es ist. Ich habe da gerade echt nichts von. Da habe ich gerade so schöne Steintchen gesammelt, aber... Das ist auch das Höchste der Gefühle. Da kann ich halt eben Geld sammeln, damit ich das in den Shop kaufen kann. Das einzige Item, was ich mir im Shop kaufen wollte, bei dem Setup hier... Äh... Wäre Champions-Belt. Und ich glaube, nichts zwingt daran, dass das Spiel mir einfach so den Champions-Belt vor sieben Münzen entgegenwirft. Das ist meine, was ich die siebte Münze finden müsste. Darum... Ich ignoriere es einfach mal. Man geht ja auch so, also von daher. Aber hier hat er nur nicht treffen lassen. Und vielleicht habe ich ja Glück, dass ich auch mal irgendwie ein Damage ab vom Boss... Es gibt genug damit aus vom Boss inzwischen. Ist ja nicht mehr nur Pentagramm. Ist ja jetzt auch, ähm... Aber was gibt es noch alles? Es gibt noch, ähm... Keto-9-Test, was ist denn so ein Damage ab? Es gibt Mead? Okay, Mead war auch früher ein Damage ab, okay. Wurde nur nie ausgewiesen als Damage ab, deshalb habe ich es vielleicht gerade nicht im Kopf gehabt. Oder wir kriegen Mom's Knife. Obwohl unser Schaden ziemlich scheiße ist. Ich glaube, das würde mich sogar wahrscheinlich schlechter machen gerade. Ja, ich nehme keinen Mom's Knife kaum. Magician-Karte ist ja wisslos, wenn ich Spoonman habe. Ich glaube, Mom's Knife würde mich gerade schlechter machen. Weil ich keinen guten Schaden habe. Außerdem ist es schon ganz gut, wenn ich hier einfach so alles mögliche treffen kann die ganze Zeit. Also ne, ich bleibe aus und weise meiner Challenge treu. Wenn es wirklich eine schwere Challenge ist, wo es aber auch welche von gibt und ich irgendwie die Eitels variieren kann. Äh, werde ich das auch machen. Aber die zählt nicht dazu. Die ist relativ einfach. Aber ich glaube, das muss ich keinem Rot eigentlich sagen. Ich denke mal, das sieht man auch. Dass das jetzt nicht gerade die schwersten Challenge ist. Ich hoffe, ich muss hier nicht durch. Ich probiere es jetzt erst mal. Schwarze Zert, sehr schön. Ja, ich glaube, das Book of Seven Sins, äh, Book of Deadly Sins hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt für mich. Au. Und wenn es noch dazu da ist, irgend so einen Raum auszurotten. Was haben wir denn hier drin? Ne Gold, ne Graue. Ne, vergiss es. Kein Interesse, Spiel. Danke. Ja, guck mal, den geht aber nicht so so froh, wenn ich so was habe. Bringt das irgendwas? Oh yeah. Einfach for the dulls könnte ich das mitnehmen, aber mir ist mein Speedup doch wichtiger irgendwie. Weil, gotta go fast und so. Ich meine, es ist acht Minuten drin und sind bei Depths 1. Hallo? Wir müssen schneller werden. So schnell waren habe ich nicht mal mit ersesseln. Muss ich mir mal vorstellen, ne? Weil das wirklich schnell ist gerade. Ich werde diesen Raum nie verstehen. Da ist nur so ein Minika kaufen drin. Klar, die Schwierigkeit ist halt eben wegen den rumfliegenden Gegner, aber... Das war es dann auch. Sonst ist keine Schwierigkeit. Ich könnte mir auch die Bibel kaufen, im Grunde, wenn ich das Geld hätte. Dann würde jetzt die nächste Ebene schneller gehen, wenn wir mal arm sind. Okay, die Sonne... Okay, ich halte halt draußen wieder rein. Ich sehe wieder nicht viel. Also, wenn ich jetzt den Cookies of Darkness kriegen würde, hätte ich ein Problem. Dann sehe ich nämlich nichts mehr. Und der Schaden ist nicht gut. Das ist klar. Attack 2 reißt den Schaden halt eben sehr runter. Aber es geht schon, es geht schon. Ich meine, man muss sowieso ein bisschen tanky. Da kann man halt nicht viel gegen machen. Musstest du jetzt springen? Das war gerade so schön. Ja, man hat ja schon die Vorteile mit den, ähm... Hoaming-Sachen. Ich muss nicht in seiner Schusslinie stehen. Oh, ein Damage-Up. Sehr schön. Stimmt, dieses Schuss war auch damals schon ein Damage-Up. Anscheinend gab es früher mehr Damage-Up, als ich dachte. Hm, okay. Ah, Stimme, please. Halt noch ein bisschen durch, ja? Der Paar ist gleich vorbei. Wie lange musst du nicht mehr, Stimmchen? Das schaffe ich jetzt auch noch. Das war schnell. Gut. Den Rom hat man ja schon mal gehabt. Der ist nicht schwer. Und immer noch die Geister. Hör mal auf den Geister. Ich hasse die Geister. Die heißen doch nicht raus. Das stört mich so ein bisschen. Die Geister im Grunde sind nicht das Problem. Aber die halten so viel aus. Das mag ich nicht. Ich muss halt eben keinen Schaden machen, wenn man sieht. Okay. Jetzt bin ich ein Quicker Set geben können. Scheiße, die Münze, ganz ehrlich. Die sind mir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen egal. So, ich schieße sie mal so ein bisschen. So, auch nicht. Geht schon. So. Ja, mehr Damage, ne? Das ist mir sogar lieber als Speed. Weil Damage ist besser als alles. Hallo. Ah, wir versuchen es mal machen. Dann machen wir die eben schnell fertig. Guck mal, 11 lösen. Ja, wird ein kurzer Part. Verhältnismäßig. Klar, hätte ich ein Challenge eigentlich mehr so in eigenem Part packen sollen. Aber, ähm. Ich wollte ja wirklich keinen so kurzen Part hochladen. Und bevor der E-Von dann ewig dauert danach. Können wir auch schon mal hiermit anfangen. Ich meine, meine Güte. Es ist ein LP von mir. Es muss nicht professionell sein. Es ist das. Ich hätte Lust drauf, ganz einfach. Soll ich den Part noch ein bisschen in die Länge ziehen? Soll ich oder soll ich nicht? Ne, mit den Items nicht. Mit den Items ziehe ich dir nicht in die Länge. So, Baby 2.03 geschaltet. Und ich würde sagen, das war es dann für den Part für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Trotzdem, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Aber egal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin.